Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr Märchen? Abonniert mich einfach. Heute war ich für euch im Stasi-Museum Berlin-Lichtenberg, das ehemalige Ministerium für Staatssicherheit, und habe viele tolle Bilder gemacht in einer Galerie. Wenn euch mein Video gefällt, macht ein Abonnent, Like oder Kommentar. Viel Spaß beim Schauen, euer Filmstudio Ludewig. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020